was geht freunde heute mal der vlog aus brossmann warum ich habe ja mein zahn das vergesst nicht vergesst sie ungefähr von zehn mal acht mal von zehn mal neun mal er aber halb zu wild eigentlich haben niklas und regier mal welche leute nicht heute muss ich aber ich finde ein niveau bei will ist auch das dinge kann es jetzt auch keine hochwertige kaufen weil er hier nach zwei tagen verloren deswegen greift er dazu ja zu welchen vier drei plus eins diese immer schön die harten egal immer die harten weil nur die harten kommen im garten und die härteren wir haben jetzt erst mal zwei verschiedene sachen ich habe hier einmal rosinen quarkbrötchen erst dachten wir dass der quark drin ist aber die sind für euch einfach aus quark gemacht deswegen heißt sie so aber umso besser ist nicht so viel fett drin und ein mongebrötchen mit schicken bei mir gibt es ein toskana brötchen ganz klar ganz klassisch mit bisschen trutambrust bisschen skirella und dazu ein rosinenbrötchen hören wir später trainieren also jetzt nicht gleich direkt nach dem essen will wir vollkommen brötchen nehmen und kein rosinenbrötchen auf die rosinenbrötchen wieso ganz einfach aus dem und weil beim vollkommen brötchen langhaltige kohlen drahte sind die ein bisschen länger verdauert werden aber wir wollen gleich die kohlen drahte im träger haben deswegen mongebrötchen von toskana brötchen was dazu für ein brötchen ein weißen ein weißen brötchen ein baguette brötchen und was hat noch so farne so gym time so Das war's für heute. Kurze, schnelle Healort-Einheit. Perfekt für Berlin. Ich meine, man verschwenden nicht so viel Zeit, aber Pilot in Berlin, dann hat man mehr Zeit, um andere Sachen zu machen. Training frisst halt viel, wenn man Ober- und Unterkörper macht, und die Oberkörpertage dauern halt teilweise über 2 Stunden. Macht natürlich auch Bock, aber in Berlin kürzt sich das Glück an Nino-Kan. Ich denke euch jetzt, wo sind wir hier? Was ist das für eine Location? Sieht sehr komisch aus. Auf jeden Fall sind wir jetzt erst mal ein Mini-Golf-Spiel. Diese Mini-Golf-Anlage, sag ich mal, ist einfach so ein Girly, also ein Girly zerparkt. Das heißt, Riff. Sehr gut, Niklas. Also, falls euch der Park-Kan hat, ist es der größte Drogenpark-Kan zu nennen. Einer der drei. Einer der drei. Es ist auf jeden Fall ein kurioser Park, und wir sind erst mal Mini-Golf mit Schwarzlicht, das hat Niklas rausgesucht. Ich bin sehr gespannt, wie das geht. Einmal sprengend. Mal gucken, wie gut ich bin. Jetzt werden wir mit dem Handy weiter, weil die Kamera ist leer. Beziehungsweise anfassen. Ich gewinne sowieso, also Spoiler ich schon mal. Aber, ja, schauen wir mal, Freunde. Let's go. Also, wie man hier schon sieht, hier fängt es schon an mit Tragen. Es wird immer dunkler und dunkler. Okay, gut, dass wir unsere Hoodies ausgezogen haben. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. NICE. Wiuir? NICE! NICE! NICE, BRO! Wer wird jetzt Letzter nochmal? Also der Erste, der am meisten Punkte hat, habe ich gemacht 85. Dann kam Arti 76. Wer kommt jetzt, Saskia oder Regi? Dritter Platz Saskia, 74. Regi 68. Niklas, Vertrag mit dem Teufel, 666. Ganz vieler einer hat deswegen geschafft, auf sich das lohnt sein, seine Seele dafür zu verkaufen. Ich weiß nicht, was hast du jetzt? 46. So, die beiden holen sich da, bzw. die drei holen sich jetzt erstmal Pizza. Und wir gehen genau nebenan da vorne zu dem Döner, Mann. Was holst ihr, wie die Dürüm oder Chicken-Döner? Ja, Dürüm, da ist mehr Fleisch. Ja, Mann, ich hab übelst Bock, ne? Gehen wir mal hier über die Straße. Dann sind wir auch schon da. Ihr seid mal weit auseinander. Ich hab die 9 Supreme gekauft. Wir haben jetzt hier zwei Dürüm, Dürüm, Dürüm. Und Niklas hat netterweise für alle Pommes ausgegeben. Und das, glaub ich, gar nicht für Niklas. Oh. Doch, doch. Nur für nichts. Nein, Spaß. Von mir war es Spaß, da ist nichts drin. Spaß halt. Auf jeden Fall gibt's das jetzt nicht, wenn ich will sagen wir sie aufs Maul. Klau. Ähm, das war jetzt bisschen fix. Das war kein abrupter, das war nicht endlos. Das war jetzt bisschen fix. Das next day. Und da sind wir schon am nächsten Tag angekommen. Ja. Angekommen. Angekommen, ich sage. Aber jetzt sind wir endlich da, Freunde. Es war eine harte Reise, Dina. Oh, moin. Grad geht's ins Silo-Training Nr. 2 in Berlin. Heute werden wir das so machen, dass wir ganz Körper machen, damit wir morgen und übermorgen Rest machen. Sprich, dass wir morgen nochmal... Ist mein Zweitagjahr, ne? Ja, dass man morgen nochmal den ganzen Tag in Berlin hat. Also von morgens bis abends und nicht ins Training geht. Dann haben wir auch zwei komplette Ruhetage. Niklas ist verwirrt. Und Niklas ist verwirrt da hinten. Ich bin nicht verwirrt. Ich denke nur die ganze Zeit, es wird mit mir geredet, aber es wird immer nur mit Händen. Du, unsere YouTuber ist so auf den Kopf gefallen. Ja, auf jeden Fall. Wolltest du dreimal zur Konversation einsetzen? Wusstest du nicht, ich bin das Neueste, wir sind alle Soziopathen. Ja, man. Jeder YouTuber ist ein Soziopath, Freunde. Hashtag Sociopath in die Kommentare. Hashtag Shane Dawson, Hashtag Jake Paul. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt, oder ob ihr den kennt. Shane Dawson. Eher Jake Paul. Nein, Shane Dawson ist ein Typ, der macht Dokumentationen meistens über YouTuber. Klärt dann so auf, warum die so sind, wie sie sind. Und gerade macht er einen über Jake Paul, über Soziopathen. Eigentlich über Jake Paul, aber irgendwie ist das teilweise voll Soziopath geworden. Auf jeden Fall gucken wir uns das gerade an, ist sehr interessant, eine Empfehlung. Wenn du die ganzen Leute kennst, schreib mal Hashtag Sociopal. Hashtag Sociopal. Nein, Hashtag... Ja, der wäre Fizzbro für den. Aber schreib mal lieber Hashtag USA, weil alle sind zu Foul und es ist echt. Ja, Hashtag USA an die Kommentare, Freunde. Wenn ihr das auch mitverfolgt. Oder wenn es so Amis guckt. Genau. Und ich würde sagen, ab ins Training und bis gleich. Wir sehen uns nicht im Training, sondern danach. Hashtag Donald Trump in die Kommentare. Hashtag USA. Wir brauchen jetzt noch Kürbisschuhe. Wir haben noch keine Kürbisschuhe. Ja, können wir, hier können wir die auch einfach in die Mitte. In der Straße, Kürbis und Dings, perfekt. Seitlich. Da müssen wir den Kürbis von unten holen. Kann ich mal eine andere Location? Ich geh? Du kannst auch mich filmen. Ich kann auch gehen, aber ich kann auch dich. Du wolltest, dass ich dich filme. Du hast was im Kopf. Sag das doch. Aber ohne Mikros scheiße. Wo ist das Mikro? Wir sind jetzt hier ein bisschen draußen gewesen und haben ein paar Bilder gemacht. Fürs frühen Cookie Dough. Ein Kunden von uns, hast du das schon gesagt? Nein, das läuft auf Instagram. Ja. Genau, wir haben hier ganz direkt Visiten am Start. Weil Halloween ja Ende Oktober ist. Haben wir ein bisschen geshootet. Riggi isst hier wieder. Oh Riggi. Immer bis zu hier am Essen. Nein. Freunde, wenn ihr es... Ach, für mich sieht das immer. Wenn ihr es euch probiert habt und Kekse mögt, dann probiert das auf jeden Fall. Schmeckt gut, nicht nur weil ich mit dem Unternehmen zusammen arbeite, sondern deswegen schlau. Wie sie das ist einfach. Auf keinen Fall. Schmeckt aber nur gut aus so einem Deckel. Also ihr braucht den Deckel auch. Den Deckel gibt es leider nicht in Verkauf. Den habt ihr leider nicht gehabt. Den habt ihr übel gemeint, Sennikles. Schade. Himmels. Letting go of these demons I just wanna know What's on your mind There's not enough reasons It's not like I need them Freunde, das sollts mit diesem Vlog gewesen sein Wir hoffen euch hat das Video gefallen, heute war länger als sonst Ich glaub heute war es ein bisschen länger, deswegen machen wir Kann sein, aber ich weiß nicht, ich kann nicht einschätzen, deswegen machen wir hier einen Cut Wir hoffen euch das Video gefallen, falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt Macht die Glocke an abonniert, lasst sehr gerne ein Like da Ganz genau Und kommentiert natürlich was ihr von uns sehen wollt Ob ihr irgendwelche geilen Challenges gerade im Kopf habt Auf die ihr Bock habt von uns beiden Und ob euch die so viel länger gefällt Genau, bis zum Peace